Hallo, ich bin der Genkiller und ich zeige euch heute, wie ihr die Trophäe der große Tag bekommt. Dafür müsst ihr einmal im Hauptmenü R1 drücken, dass ihr auf den Reiter Spiele kommt. Dann müsst ihr runter auf Anstoß, dann müsst ihr den rechten Analogsick einmal nach rechts bewegen, so dass ihr auf Spieler der Woche kommt. Jetzt müsst ihr euch nur noch ein Spiel der Woche aussuchen. Darauf müsst ihr achten, dass ihr nicht Matchday-Challenge nehmt, wie ich hier gerade zeige, sondern auf Spiel der Woche sucht ihr euch einfach irgendeins aus. Die Schwierigkeitsstufe ist vollkommen egal, dann müsst ihr das Spiel eigentlich nur noch gewinnen. Und ja, dann bekommt ihr die Trophäe auch. Checkt mal, das schafft jeder von euch, gegen Amateur zu gewinnen. Wenn nicht, dann solltet ihr kein FIFA spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein!